Dieser Smart steht hier zum Verkauf. Der graue Kleinwagen ist dreitürig und bietet Platz für zwei Personen. Der Kilometerstand des Autos liegt bei weniger als 9000 Kilometern. Die Erstanmeldung war Mitte 2014. Der Kleinwagen verfügt über zahlreiche Ausstattungsdetails wie Panoramadach, elektrische Fensterheber, Start-Top-Automatik, ABS, ESP und noch vieles mehr. Das Automatikgetriebe überträgt eine Leistung von 71 PS. Der angegebene Verbrauch des Benziners beläuft sich auf 4,3 Liter pro 100 Kilometer. Kontaktieren Sie uns. Wir informieren Sie gerne mehr.